Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kam ein Paket von Brickizimo bei mir an und das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Wie bei Brickizimo üblich sind auch hier wieder Freebies dabei. Obwohl ich mit diesen Mad Evil Stickern nichts anfangen kann, sind sie doch eine nette Beigabe. Aber kommen wir nun zum Herzstück der Bestellung, und zwar dem Operation Barbarossa Instruction Book von Brickmania. Die Operation Barbarossa war der Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion im Jahr 1941. Dementsprechend beinhaltet das Buch Anleitungen zu deutschen und russischen Modellen. Im Buch enthalten sind außerdem coole Sticker für Fahrzeuge und Figuren. Diese sind kinderleicht zu montieren und sehen sehr gut aus. Der russische KW-1, der T-34 und viele deutsche Panzer sind im Buch als Anleitung drin. Somit ist es ein Must-Have für jeden LEGO World War II Fan, der sich auf die Ostfront fixiert hat. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben. Und ja, das war's da auch schon mit dem Video. Lasst ruhig ein Like und ein Abo da, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer TheGreatLegowar. Und ja, das war's da auch schon mit dem Video.